Feuerball ist hier besser Angriff, neben dem flammenden Schwert hier. Halt, warte, da war noch was. So. Und da nochmal. Gut, 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 gut. Kann ich hier einmal rumgehen? Kann hier was einsammeln? Oh, allesamt. Okay. Das geht aber auch. Der Angriff, den ich jetzt hier hatte, diese Feuerwelle hier, man muss es nur zu Ende casten. Das habe ich nämlich bisher nicht gemacht. Das ist dann auch ein guter Flächeneffekt. Haben wir es? Achso. Nicht mitgekriegt. So. Wer bist du? Wer bist du? Kann ich mit dir reden? Mit dir kann ich reden. Das kennen wir. Wir sehen uns im Lager wieder. Gute Lippensynchronisation. Immer noch. Nun denn. Dann weiter zur Hauptquest. Wir haben jetzt hier die Gefangenen befreit. Das heißt nicht, dass wir hier fertig sind. Das ist auch nichts zum Einsammeln hier. Das sieht mir nach einer Kampfarena aus hier. Das ist so ein besessener Dingens. Ich mache ihn mal kurz vorher. Gehe ich mal kurz ins Inventar hier. Dann könnte er dann vielleicht noch mal ein paar Healtränke oder sowas herstellen. Hier so sieben Stück. Das sollte erstmal reichen. ein paar hiervon. Man weiß ja nie. Ne? Und dann mal runter. Steht doch unter einer Gedankenkontrolle, oder? Wo sehe ich das verkehrt? Keine Ahnung. Warte, warte, warte. Einmal hier die Bogenschützen schnell umhauen. Oh, komm schon. So. Flammenschwert ist immer gut. Und jetzt auf ihn hier. Ah. Und Bäm. Oh, was hält denn der aus? Meine Fresse. Und noch mal. Und noch mal. Und noch mal. Hier haben wir noch ein paar. Ach so. Okay. Jetzt habe ich Kamala mehr. Eine Elfe. Verdammt viel aus. Aha. Einem Schmied. Haben wir einen Schmied? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Ach, das sind jetzt hier diese, diese Schmiede, äh, Ausrüstungsteile, oder wie, oder was? Schmiedeausrüstung. Und hier auch nochmal. Okay. Gut. Und dann wieder zurück. Halt, warte mal, eigentlich. Warte mal, warte mal, warte mal. Edwin, hast du eigentlich irgendwas wieder mal zu erzählen oder so? Worum geht es, Vulkan? Es geht um deinen Kampf ab. Sie geht gar nicht. Äh, ich muss dir ein paar Fragen stellen. Ich brauche deinen Rat bezüglich Matras. Kann man ihm trauen? Ich brauche deinen Rat bezüglich Matras. Wer ist er? Schwer zu sagen. Er ist ein lebender Toter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er scheint Dinge tun zu können, die kein anderer der Wiederkehrer kann. Du musst verstehen, wie... Doch, das hatten wir schon. Sorry, war ein Fehler. Gut. Hätten wir es auch geklärt. Ich war nämlich der Meinung, wir hätten das noch gar nicht gemacht. Aber so kann man sich irren. Gut. Und jetzt den ganzen Weg wieder raus aus der Stadt? Oder geht es noch irgendwo anders hier hin? Oder... 42? Oder... Doch eher 43. Oder 24. Keine Ahnung. Och. Ja, auch hier. Ist aber nett. Und... Pass auf. Bäm! Stöck ihn zurück. Was? Der lebt noch. So, jetzt nicht mehr. Genau. Schlag zu. Und kriegst ein Feuer bei. Der dich nicht tötet, weil ich nicht 100% getroffen habe. Und... Bäm! Und gleich nochmal hier. Auf dich hier. Oh, geht doch gut. Was will man mehr? Gut. Aber wir müssen nach wie vor hier noch relativ weit laufen aus der Stadt hier raus. Ist ja immer so... Eine Weltreise, so eine kleine. Und die ist hier auch noch so stark verwinkelt. Man weiß nicht, wo man hin muss. Man sieht es nicht sofort. Oder halt generell keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt zurück ins Rebellenlager oder... Wie ist die Lage? Naja, ich denke mal, das werden wir herausfinden. Jupp, das sieht nach Rebellenlager aus. Gucken wir mal. Ne, ich muss hier lang. Ne, schauen wir mal, was wir dann tolles, neues erfahren, wenn wir jetzt hier gleich zurückkehren. Das ist vielleicht schon angegriffen worden, dadurch, dass... Edwin Kontakt mit den Untoten aufgenommen hatte. Die Untoten mal angerufen oder so. Ich weiß ja nicht. Nun ja. Warte, jetzt habe ich zwei Stellen, wo ich das machen kann. Aber hier bei... Ach, das ist hier der Schmied. Ach, was zur Hölle ist das? Wachen! Wachen! Beruhige dich, Schmied. Ich bin auf eurer Seite. Auf unserer Seite? Mit dem Gesicht? Denkst du, ich bin dumm? Wachen! Du solltest dich schnellstens beruhigen. Wenn ich dir hätte wehtun wollen, würdest du schon längst brennen. Klar? Ähm, ja. Tut mir leid. Ich habe gehört, dass du meine Ausrüstung für die Schmiede beschaffen konntest. Ich kann es gar nicht glauben. Hast du den Hammer? Klar. Ja, ich habe deinen Hammer. Hier. Du kannst damit mehr anfangen als ich. Danke. Endlich kann ich etwas Nützliches tun. All diese verbogene und kaputte Ausrüstung wird wie neu sein. Ich kriege da auch was davon. Mindestens werden unsere Soldaten in Würde sterben. Oder bringt die mir nichts. Du hast deine Art, die Dinge zu betrachten. Ich habe ein wenig Material. Ich kann es dir verkaufen, wenn du was brauchst. Hervorragend. Nimm es mir nicht übel, aber ich muss mich gleich an die Arbeit machen. Sehr gut. Ich muss zum Hauptmann. Bis später. Gut, aber ich gucke hier nochmal. Auch wenn der Ausdruck nicht wirklich angebracht ist. Kann ich dir helfen? Ob er irgendwas an tollen Waren hat. Dank dir. Er hat hier ein Schwert, das ziemlich kacke ist. Wobei, es ist gar nicht mal so kacke. Aber es ist halt kacke dadurch, dass keine Sockensteine drin sind. Dann eine Rüstung, die relativ gut ist. Auch ziemlich teuer. Dann Handschuhe, die jetzt nicht so toll sind. Bessere Beinschienen. Wir haben ja schon fast versucht, das zu kaufen. Aber ich lasse es dann doch. Ja, ich denke mal, es wird bald wieder eine Blutruhe geben oder sowas. Und dann wird da sowas Schönes drin sein. Pack deine Sachen zusammen. Wir verschwinden so bald wie möglich von hier. Unser Auftrag ist vorbei. Aber Hauptmann, nach allem, was wir hier getan haben. Hör mal zu. Was immer wir auch tun. Wir haben keine Chance gegen die Armee der Todwandler. Und ich bringe meine Kompanie doch nicht freiwillig zur Schlachtbank. Ich habe meine Kompanie nicht hierher geführt, um diese Stadt zu retten. Wir sind nur gekommen, weil wir unsere Jungs zurückholen wollten. Mehr stand und steht auch nicht zur Debatte. Bei allen Göttern, Hauptmann. Das ist eine wichtige Schlacht. Du musst die Klingen in ihr kämpfen lassen. Es gibt eine Kreatur in dieser Stadt, der ich mich stellen und die ich absorbieren muss. Wenn du das nicht begreifst, wird es wohl Zeit, dass ich deinen Platz einnehme. Das würdest du nie wagen. Gegen mich hast du doch keine Chance. Klock da eine Rivalität auf, oder was? Wirklich? Dann fordere ich dich hiermit nach den Regeln der freien Klingen zum Zweikampf um die Führung dieser Kompanie heraus. Er hat keine Chance. Denn ich habe die Flamme in mir. Nun gut. Wenn du unbedingt willst, kannst du dir eine Abreibung abholen. Ich schenke in diesem Leben jedenfalls nichts mehr einfach so. Dann bin ich mal gespannt. Das alles? Guck mal. Du kannst doch gar nichts. Bäm. Und nochmal. Ey, das war ja schon fast unfair. Aua. Flammendes Schwert der heiligen Flamme. Obwohl, nee, sie ist eher unheilig. Okay, ja, tritt mich am Boden. Komm schon. Das sieht ja schon fast schlecht aus für mich. Au. So, nochmal. Komm. Nein. Nicht am Boden liegen. Au. Und Bäm. Ja, im Sprung hat er mich getreten hier. Was soll denn der Scheiß? Kann man im Kampf gegen den freien Klingen hier auch einen Trank trinken? Ich weiß nicht. So, warte. Machen wir einfach mal. Bestimmt voll fair. Bäm. Bäm. Und nochmal. Ich wusste von Anfang an, dass du es sein würdest. Dass ich was sein würde. Ich wollte ihn doch gar nicht töten. Okay, vielleicht doch. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Das war wirklich gute Arbeit. Ziehen wir los und suchen wir Prinz Arandil auf. Wir müssen uns damit sputen, uns einen Angriffsplan zurechtzulegen. Da. Ähm. Ja. 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 Willkommen to the bug zone. Hier tun wir backen. Brötchen. Croissants. Und Fehler. Kann ich irgendwie mal aus der Welt laufen hier, damit ich sterbe? Hier ist tatsächlich eine unsichtbare Wand. Ähm. Was ist denn das hier? Gibt es ein Autosave? Warte mal. Muss ich jetzt tatsächlich hier das Ganze normal machen? Ah, ne. Ah, es ist jetzt nach dem Kampf. Okay. Ist natürlich schlau gemacht, aber nett, dass ich hier einfach mal rumbacken konnte. Nun gut. Prinz Arandil. Ich habe euch gesucht. Ich werde dir eine Gruppe Soldaten geben, die dir bei der Mission helfen sollen. Das kommt nicht in Frage. Je mehr wir sind, desto leichter werden wir entdeckt. Ich nehme Edwin mit. Ihr Wissen und ihre Kräfte werden mir am nützlichsten sein. Ja. Mir wäre es lieber, du nimmst jemanden mit, dem du vertrauen kannst. Und Edwin scheint mir nicht so. Ich entscheide, auf wen ich vertrauen kann. Ich kann mit dir gehen. Nein. Dich will ich nicht. Ich habe dich noch nie dabei gehabt. Wo soll ich das wissen? Wir drei haben eine Chance. Was sagt ihr, euer Hoheit? Ich stehe mir zu. Ich zähle auf dich, Relmar. Dass du die Interessen unseres Volkes vertrittst. Aber ich will Edwin mitnehmen. Ihr müsst in die Stadt schleichen, die Zugbrücke erreichen und sie herunterlassen. Dann könnt ihr das Tor für uns öffnen. Nicht ohne Edwin. Ich würde persönlich die Armee anführen und die Stadt betreten, sobald ihr das Tor geöffnet habt. Ich glaube, dass der Überraschungseffekt und unsere Überlegenheit ausreichen, um die Todwandler zu überwältigen. Sobald das Tor offen ist, bin ich weg. Ich muss das durcheinander nutzen, um in das Reich von Schwarzfrost zu gelangen. Bist du bereit für den Angriff? Es darf keine Zerstreuung und keinen Rückzug geben. Wir werden keine zweite Chance erhalten. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, tu es jetzt. Naja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay. Ach, ich habe jetzt beide im Team. Na, dann ist es okay. Darf der elf sterben? Ich bin dafür, ich mag ihn nicht. Er ist mir irgendwie total unsympathisch. Nichts Persönliches. Obwohl, er hat auch ihn geschockt. Nun gut. Untersuchung und den Verrat haben wir halt leider nicht geschafft. Ich wusste halt nicht, wo das jetzt sein soll. Aber, da der Hauptmann eh tot ist, kann ich ihm eh keinen Bericht mehr erstatten, ne? Macht Sinn. Gut, auf nach Karhalter erstmal wieder. Hey! Ja, du mich auch. Komm schon.